Mein Name ist Jürgen Gefromm, ich bin Geschäftsführer der Getränke Gefromm, GmbH und Co. KG. Das ist ein Traditionsunternehmen von meinem Großvater 1919 gegründet. Mein Sohn hat sich von frühester Jugend für Technik begeistert. Er legt auch heute noch Hand an, wenn mal eine Bracke nicht aufgeht oder wenn mal ein Blinker kaputt ist und so weiter, das macht er dann am Wochenende. Mein Name ist Jochen Gefromm, Geschäftsführer der Firma Getränke Gefromm, GmbH und Co. KG. Ich durfte schon mit jungen Jahren, das heißt Anfang 20, den kompletten Einkauf der LKWs übernehmen. Ich habe dann zur MRN gewechselt, weil dieser Typ, der da hinten zu sehen ist, der war frisch auf den Markt gekommen. Unser altes Schätzchen von 1992. Mein Gott, das sind Erinnerungen hier. Ja, war damals schon das hochmodernste. Also man kann heute noch gut damit fahren, also so ist das nicht. Aber handgerissen halt, mit Doppel-H-Schaltung. Diese Klasse hat halt den Vorteil gehabt, dass das Führerhaus kippbar und mit Kunststoffwartungsklappe versehen war, sodass alle Punkte schnell zu erreichen waren. Das Auto ist sehr, sehr zuverlässig gewesen, sodass wir hier ein Auto hatten, das bis heute läuft. Unsere Autos sind alle ziemlich baugleich. Wir haben alle Assistenten, die es gibt, sodass wir hier heute eine moderne Flotte haben, auch vor allen Dingen, was die Spritverbräuche angeht. Wir haben hier vorne den Spurhalterassistenten, wir haben dort drüben den Abbiegeassistenten und hier die Rückfahrtkamera. Also alles optimal platziert. Besser geht's nicht. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020